Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4 mit mir, dem Jan. Und jetzt möchte ich erstmal hier wieder kämpfen. Pst, pst, sieh mal. Ach, verdammt. Schorlein. Sie haben uns noch nicht gesehen. Soll es so bleiben. Okay, halt den Kopf unten. Wollt ihr dir gerade dasselbe sagen? Ja, ja. Ja. Sollen die mich denn nicht sehen? Ja, so kadar zu. Der Kerl ist ein Schrauber. Whoa, 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 whoa. Oh, whoa, 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 whoa. Boah, langsamer und neue Munition ist mein Problem. Jochen. Schau, 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 Schau. Das ist eine andere. 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 Oh, das ist meine Planke. Okay. Und jetzt liegt der Ohnleuchter. Oh, hier muss ich mich lang. Na oben. Also alles, was du tust. Ja, so in der Art. Hm. 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 Hier oben ist nichts. Und Schatz. Hier kommen wir auch nicht durch. Also geht's doch unten lang. Ja. Das Material an. Dafür haben die sicher Jahre gebraucht. Tja, aus großem Reichtum. Hier gab's mal eine Schlacht. Was ist denn Sam? Ja. 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 Die Frage ist, die Frage ist, wer bekämpft wen und warum? Ja. 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 Hier ist wieder dieses Piratenzeichen. Okay, dann geht's los. Oder auch nicht. Hilfst du mir mal? Ja. Alles leer? War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also, Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.